Wer weiß, was die jetzt vorhat, Kleiner? Alles wird zu eng, es ist zu heiß. Von deinen Kumpels ahnt das keiner. Was machst du bei einer Frau, die alles weiß? Im Hellen könntest du bestimmt was sehen. Doch das rote Licht ist lang schon aus. Es wird eventuell auch sehr gefährlich. Denn jetzt kramt sie noch irgendetwas raus. Bei Tage würdest du wissen, was da knistert. Im Dunkeln hast du volles Risiko. Vielleicht hat sie ganz spitze weiße Zähne und beißt dich aus Versehen irgendwo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bei Tage würdest du wissen, was da knistert. Im Dunkeln hast du mehr, oh, 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 oh. Vielleicht hat sie ganz spitze weiße Zähne und beißt dich aus Versehen irgendwo. Wer weiß, was die jetzt vorhat, Kleiner, alles wird zu eng, es ist zu heiß. Von deinen Kumpels ahnt das keiner. Was machst du bei ner Frau, die alles weiß? Du würdest gerne wissen, was da knistert, im Dunkeln hast du volles Risiko. Vielleicht hat sie ganz spitze weiße Zähne und beißt dich aus Versehen aus Versehen irgendwo.